Musik Bonio meine Freunde, heute gibt es wieder ein bisschen Partysterne mit Paluten und keine Ahnung. Musik 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 Wie kann man den nicht schaffen? Das ist unmöglich. Da ist glaube ich jemand. Kann ja nicht sein, dass da jemand wieder nicht drauf gekommen ist. Da bin ich mal gesprungen. Das war so richtig. Ich spring da nie. Da ist irgendjemand noch ein Stück weiter gekommen als ich. Ich glaube, der Trick dabei ist, noch mal ein paar Mal auch auf diese einen Eisfläche vielleicht zu springen. Nein, oh Gott, das war richtig schlecht. Ey, es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Es schafft vor allen Dingen auch niemand. Das ging hier ab. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das habe ich ganz selten nur mal, dass es wirklich gar keiner schafft. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr in der Zeit dahin. Ich weiß, dass MC Expert diesen Einsprung da auch glaube ich nicht gepackt hatte. Also diesen letzten. Kein Expert mehr, Digga. Kein Expert mehr. Jeder Platz, Digga. Kein Ding. Immerhin. Och, dieses Spiel. Ja, das ist irgendwie neu und verbuggt. Das mag ich nicht mehr. Ich werde viel zu oft zurückgebuggt. Ganz oft. Das hatte ich ewig nicht. Oh, nein. Bist du direkt zurückgebuggt? Ja, ja. Können wir einen Screen machen? Ja, ist das beste Spiel dafür. Leute, das ist nur mal eine kurze Sache. Wenn wir in einem Game drin sind, dann können wir natürlich in diesem Fall keinen Screen machen. Weißt du? Läuft auf jeden Fall voll konzentriert am Reden und dann... Es sei denn, wir stehen in-game komplett nebeneinander. Jetzt so hier bei dem Start-Stop-Ding, weißt du? Das passt dann natürlich gut. Nein! Ich bin... Okay, ich auch nicht. Ich dachte auch. Hoi, 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 hoi. Ja, komm! Nein! Nein, auf der Linie! Guck mal, eins! Minus eins! Komm schon! Bam! Zweiter? Was? Oh, scheiße, ey! Ich bin auf der Linie! Minus eins! Ja, komm, du wirst jetzt erst mal eingekesselt hier, ey. Eingekesselt? Eingekesselt, hier, zack! Ja, der eine ist schon irgendwie komplett aus. Es ist kein Ding für mich. Ich hab einen auch direkt eingekesselt, ey. Der eine macht das hier ganz, ganz langsam. Hä, wieso? Ist auch nicht so die Idee. Komm, jetzt erst mal Palunen eincashen. Bist du gefallen? Nee, schade. Das wär lustig gewesen. Ich bin hier noch richtig am Leben. Sollst du auch erst mal den in den Weg abschneiden? Ich hab mir so lange hier bei dieser Runde gelebt. Ich auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, 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 nein! Nein! Jetzt hab ich mir selbst den Weg abschneiden, ich hab einen Pfosten, ey. Also ich hab richtig, richtig viel Platz. Ach nein, scheiße! Oh, ich bin down. Ich bin down. Da holt er den fünften Platz, verdammt! Komm schon, belügen! Komm schon! Verdammt! Wo ist denn? Wo ist denn Palutze? Wo ist denn hier nochmal längst? Komm schon! Wo ist denn Palutze? Aber da hat einer auch noch richtig viel. Ja? Er soll sterben. Ich mein, ich weiß aber auch jetzt nicht, weil ich hab teilweise einen kleinen Fehler gemacht, weil ich mir schon fast zu sicher war. Obwohl, ja, das könnte knapp werden. Der andere ist da hinten, aber... Ja, wenn du da die Fläche souverän abnuchst. Ich muss 30 Sekunden noch überleben, dann hab ich so oder so gewonnen. Ne, das schaffst du nicht. Oh, oh, das wird schwer. Ja, ja, also umdrehen wieder, umdrehen am besten. Direkt jetzt. Ne, jetzt geht's nicht mehr, du hast den Weg abgeschnitten. Na, what? Ne, das hab ich... Das ist Schiebung. Du hättest aber auch weitergehen können, sehe ich gerade. Da vorne war nämlich noch so ne, so ne Fläche, da hättest du auch noch perfekt. Ja, das war, das war immer, immer in zweiter Platz, weißt du was? Ja, genau. Immer unter den Top 3 ist immer eine ganz gute Platzierung. Ja. Ja, es gibt ja jetzt auch irgendwelche Coins, ne? Ja, hab ich auch schon gesehen. Damit du dann irgendwie für dein, für dein Horse so ein bisschen Gier kaufen kannst. Pöbel, Pöbel. Pöbel! Pöbel! Mama, Pöbel! Mama, Pöbel! Mama, Pöbel! So. Witze. Weiß, weiß. Guck mal, ich weiß nicht, was hier war. Das war neben mir, ist schwarz. Blau! 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 Blau, ey, du hast es auch, ey. Ein CD ist ein Zug, schwarz ist blau. Rot, rot! Irgendwie rot. Bis es dann einer macht, ey, ich sehe es schon kommen. Blau, blau, blau! Zyran, Zyran! Oh, das war aber gut, jetzt gerade hier. Das schaffe ich nicht mehr! Oh, nein! Vier Stück noch. Ich habe das noch nie gewonnen, ne? Drei, rot. Nein! Wie kann das denn sein? Ich sehe das gar nicht. Nee, nee, ich bin Fütter. Oh, schade. Oh, jetzt kommt hier wieder. Jetzt kommt mein Pro-Game. Habe ich dir gerade eben schon gesagt. Ich habe mir schon erklärt, wie man da Pro-Gamer wird. Die Super-Secret-Tricks von der Gunnar Smurf-Wubble. Also guck mal, wenn du das... Oh! 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 So. Das sind die Super-Secret-Tricks, Alter. Da kann keiner was. Ich habe gerade fast wirklich einen halben Herzinfarkt bekommen. Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich wollte eigentlich zu dir kommen. Guck, Super-Secret-Tricks, ey. Muss einfach mal das Game durchdenken. Jetzt muss man nur aufpassen. Ja, bitte bleib. Einfach nur aufpassen, aufpassen. Aber dann, wenn dieser Switch kommt... So, jetzt, jetzt. Nein! Oh! Alles gut, alles gut, alles gut, schaffe ich. Ja, hör. Alles gut, ey, alles gut. Ihr seht es gerade, ihr seht es gerade. Ich habe es mal mit der F5 Perspektive von außen gemacht. Das ist auch ganz praktisch eigentlich. Stimmt. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wann es uns eingesogen wird. Der Wechsel, oder nicht? Der Wechsel? Nein! Alles gut, ey. Zwei Touren, äh, one on one jetzt hier. One on one. Die Sturmwaffe-Dank, der geht mal wieder auf, Leute! Wo ist der andere Typ? Ist der auch bei mir? Ne. Wo ist der denn? Ja, also da werden wir jetzt ja höchstwahrscheinlich nicht sterben. Oh, das ist ein One on One. Ja, ja, ich weiß. Das ist hier, jetzt, gucken, ein bisschen nach vorne. Nein! Oh, oh, oh! Oh, ey, der hat dich doch getroffen. Nee. Der hat dich doch richtig... Alles gut bei mir, alles gut bei mir, ey. Schauen wir mal, wie Tage geht wieder auf. Das ist ein bisschen schwierig, hier. Ich hatte schon mal den Bug, dass ich dann einfach gestorben bin. Aber ey, das ist ein richtig krasses Match. So lange hatte ich das noch gar nicht, ey. Das ist ein richtig one on one. Ja, guck, der springt auch schon nur und guckt, wo ich bin. Ich wollte gerade sagen, Limbo ist es nicht, sondern was anderes. Alter, was gibt's da? So Seilspringen oder so? Ja, voll öde, Alter. Voll öde. Los jetzt hier, los jetzt. Machen wir mal ein bisschen Action, weil es kloppt hier mal. Sind das immer nur zwei Modi? Es gab doch auch mal Dings hier, dass man... Oh, ein bisschen nach vorne. Oh. Ey, der Typ auch nicht, ne? Nee, nee, nee. Es wird ein Draw, Alter. Es wird ein Draw. Eigentlich wäre es schon wieder rege gesnackt worden. Du saß zumindest. Ha, ha, ha. Ja, ja, also genau. Der Anfang ist immer schwierig, wenn der Übergang kommt. Aber wenn ich den nochmal überlebe, dann haben wir... Nein! Nicht in den letzten fünf Sekunden! Scheiße! Mit dem Trainer bin ich sogar noch gewohnt. Das ist fast rekordversächtig. Und hier, nee, tut mir leid. Weißt du, das habe ich schon in den Livestreams gesagt, Leute. Erstens mag ich dieses Spiel nicht. Und ich sehe es einfach nicht ein, hier. Arme Tiere zu schlachten. Einfach nur, weißt du, zum Spielspaß. Nee, tut mir leid. Das sehe ich nicht ein. Peace. Ich mach immer, ich mach immer die 50% Hühner, ey. Die sind sowieso... Die haben die BSE Hühner. Nee, die haben doch auch, weißt du, die haben doch auch Familie. Es sind die BSE Hühner, die haben keine Familie. Es sind die BSE... Ah, die Hühner hat auch kein BSE. Es sind die BSE Hühner. Doch klar, die... Warum denkst du, kommen denn die Kühe hier? Die haben immer... Die BSE Hühner müssen halt auch beseitigt werden. Dieder, Dieder, dich werde ich niemals töten. Dieder! Dieder, da wird Dieder getötet! Das war mein Hohn! Dieder, nein! Ey Gott, der hat Dieder getötet! So, ich helfe euch ein bisschen mal die 5% Hühner, Alter. Die armen BSE Hühner. Wer ist das denn hier? Warum ist er denn... Warum ist er denn super pink? Okay, okay, das ist Dieder Sohn. Das ist Dieder Sohn. Die sind auch super pink. Es geht auch ein geiler... Einer beim Stimmen heißt Demolition Dieder. Ey, das ist der richtig... Demolition Dieder. Demolition Dieder. Schönen Gruß an dich Demolition Dieder. Demolition Dieder. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt wird's mal wieder spannend. Es ist immer gut, es sei denn es laggt. Dann ist es die pure Hölle. Ja, jetzt müssen wir auch mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Das wäre ganz schön. Schau mal, der eine reiht das schon auf... Siehst du den einen Typ rechts? Ja, ja, ja. Der wollte abkürzen. Ja, jetzt wollte abkürzen. Der ist so falsch rum und dann ist er da so komisch rumgesprungen. Okay. Kann man wirklich springen? Man kann doch gar nicht springen, oder? Ich merke es nicht so. Na, noch sieht's ganz gut aus. Komm. Ich hab auch immer Angst bei diesen Kurven. Ah, die hab ich nicht gut genommen. Die hab ich nicht gut genommen. Ich hab leider immer so Frame-Einbrüche, weil wir ja ohne Optifine spielen. Das sieht man auch bei der Aufnahme so ein bisschen. Okay. Dass die Welt sich aufbaut wie... Keine Ahnung. Wie Oma... Oma Gerda. Oh! Ja, okay. Geschafft. Aber der Typ, der macht es richtig gut hier. Ja. Ich bin auch direkt hinter euch, aber die... Das große Problem ist hier vorne jetzt. Ne, das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Ja, ich hoffe, dass er einfach es nicht schafft. Ich hab jetzt gesagt, es geht. Ja, ja. Jetzt kommen die letzten Kurven richtig gut nehmen. Früher einlenken. Früher einlenken. Ah! So knapp. Mit acht Blöcken, Alter. Mit acht Blöcken. Ah! Nochmal direkt Horserace? Ne. Oh, das hatte ich ja eben im Warm-Up gewonnen. Aber das... Muss man auch immer... Eigentlich muss man sich vorher schon die Route ein bisschen ausgucken. Immer so ne... Hier sieht's ganz gut aus. Das sieht gut aus. Oh, ne... Nein! Oh, was war das denn? Das war ein Bug. Das war einfach ein Bug. Da bin ich auch lang gelaufen. Da hat Palut mich einfach weggesprengt, ey. Der alte Splasher, ey. Die alte B... Das alte B ist ihr Huhn. Oh, 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 oh. Nein, da muss ich einen Doppelsprung machen. Jawoll! Oh, was? Was? Beide mit Null. Beide mit Null. Wie herrlich, ey. Ey, das gibt... So muss das sein. Ihr hattet beide Null Blöcke. Ihr wart beide gleichzeitig im Ziel. Ja, und wieso bin ich dann Zweiter? Das muss ich auch gerne. Das ist auch Schiebung ist halt. Das ist alles... Hier... Hier spring ich glaub ich die ganze Zeit einfach nur rum. Weißt du? Ja, irgendwie... Irgendwie das kann man... Das kann man einfach nicht beenden. Da hab ich noch nie gesehen, dass ein einziger nur gewonnen hat. Ja, das stimmt. Komm, komm, komm. Alter, ich... Ah, es ist doch... Ha! Unglaublich schwierig. Ich snack noch mal ein paar Schneebälle und dann lau' ich so ein bisschen rum und schieß so ein paar... Ja, das ist so ein bisschen Weihnachtserlebnis. Da muss ich nur aufpassen bei den Schneebällen, da ich mich nicht verletze. Du weißt ja, ne? Ich verletz mich ja immer bei allem. Von daher... Es ist eigentlich verboten, sorry. Ja. Weihnachtslieder... Ha! Dürft ihr jetzt was singen? Ja, du bist reingeboxt! Äh, du darfst sie natürlich singen. Ja? Natürlich. Also, also, auch ohne... Ja, aber was ist... Ich mein, man darf zum Beispiel auch noch nicht, let's get ready to rumble. Das hat sich dieser eine Typ doch auch schützen lassen. Let's get ready to rumble? Echt? Ja. Ja, dieser... Wie heißt der? Dieser Stahl, dieser Sprecher da. Ja, genau. Let's get ready to... Let's get ready to... Also, dürfen wir das auch nicht so nachmachen? Ich weiß es nicht. Ich hab so was mal gehört. Aber wenn man es nicht nachmachen darf, das ist doch... So nachher kassier ich einen Strike, weil ich ready... Let's get ready to rumble hier irgendwie gemacht hab. Ja, ja, aber wenn du es so selber machst, ist doch was anderes, als wenn du seins nimmst und dann ein Video tust, oder? Ja, ja, aber trotzdem... Er hat sich diesen Spruch irgendwie patentieren lassen. Leute, falls jemand Bescheid weiß, ne? Gerne in die Kommentare. Genau. Sehr, sehr dankbar. Auch nochmal danke für die vielen Tastatur-Tipps. Ganz oft kam da irgendwie die ISKU von Rocket oder so. Echt? Aber ich möchte... Ist die mechanische? Achso. Ne, die ist nicht mechanisch, soweit ich weiß. Achso, okay. Aber... Mechanischen sind irgendwie... Fängt mit M an oder so. Hat ich vorhin mal so ein bisschen geguckt. Mechanisch fängt mit M an. Ja, da hast du recht. Ja, irgendeine... Ne, irgendeine... Irgendeine mechanische, die mit M anfängt, meint ich. Das ist ja auch einer von den Low-Bobs, die die ganze Zeit rumlaufen und nichts machen, ey. Boah, riesen langweilig. Ja, was denn, ey? Guck mal, er chillt hier so, er wirft ein paar Schneebällchen, ey. Ich kann's nie so viel, ey. Ne, jetzt musst du mal wieder... Weißt du nicht, wie dein Schreit anfangen. Lass mich mal kurz ausreden. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ne, eigentlich... Ich wollte eigentlich nicht sagen. Doch, was wollte ich sagen? Ähm... Ja, mechanisch. Hatte ich am Anfang, hatte ich am Anfang schon gesagt, dass es meine Taktik sein wird. Ja, ja, aber das ist doch keine vernünftige Taktik. Da kannst du doch noch ein bisschen Action rein. Oh ja, Paluten hat auch gewonnen. Uh, uh. Low-Bob, Alter. Easy sag ich da. Easy. Ist kein Ding für mich zu sterben. Für... Oh, schon wieder das Spiel. Oh, 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 oh. Ja, jetzt hab ich gerade eben so miserabel verloren. Hab ich eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Nach meiner letzten dominierenden Minecraft-Party-Runde ist das jetzt gerade echt nicht mehr so, so die Domination, die ich mir erhofft hatte. Oh. Warum? Warum? Ich hab so früh losgelassen. Es ist... Es ist verloren, die Runde. Es ist verloren. Aber schon. Aber schon. Aber schon. Aber schon. Ey, ich kann richtig lang laufen. Oh, ey. Nein! Sprint-Bug! 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 Ich hab einfach nur verkackt zu sprinten. Boah, sind das lange Phasen auch gewesen, ey. Vierter. Immerhin. Elfter. Wenigstens Elfter. Wenigstens. Immerhin. Hier ist in letzter Zeit auch einfach nur noch Glück gefragt. Ich hab das mal ganz lange wirklich gut dominiert immer. Aber in letzter Zeit brauch ich einfach nur noch Glück, ey. Wofür sind denn die hier diese... Fackeln? Hab ich auch noch nie gecheckt, wofür die sind. Warte mal, ich pull PC mal eine mitbringen. Thema Glück und so. Thema Glück und so, ne? Alter, hast du grad viel bekommen? Ja, mal vier Blöcke, ganz easy. Okay. Lauf bei dir dann. Vier Diamanten auf jeden Fall. Aber der eine Typ, der macht's auch grad gar nicht mal so schlecht. So. Das läuft auf jeden Fall auch. Ja, bei mir, bei mir sieht's gerade nicht. Ich war grad ziemlich konzentriert, weil ich dachte so... Okay, ja, ja, ja. Ich wollt auch... Ich hab nicht ganz so viele. Es könnte... Es könnte... Es könnte mal so paar Diamanten sein. Ein paar hier, ich weiß... Wie viele Punkte geben denn dieses eine Ding? Äh, Emerald gibt's eins und Diamanten geben zwei. Ach so! Ach, die Diamanten geben zwei. Ich dachte immer, die Emeralds werden tausendmal besser. Ich find keine mehr. Ich find keine mehr. Hilfe. Ja, da holt er sich's. Da holt er sich's. Ich sag ja. Wie viele Punkte hab ich? 14. Oh, das war natürlich nicht so gut. Nochmal! Nochmal! Okay, also am Anfang... Am Anfang ist wichtig, erstmal ganz weit weg oder so. Auf ne mittlere Distanz und dann reingehen. Äh, dann reingehen. Ich weiß halt nie, wo die Dinger kommen. Das ist easy. Das ist easy. Guck mal, er macht einen Fehler. Das hab ich letztens auch gesehen. Ist hier einfach einer so ganz cool und lässig da oben reingestellt. Aber er wird irgendwann einfach weggebetzt werden höchstwahrscheinlich. Ich mein schon, ja. Aber was ist mit dem da ganz oben? Der meins ja. Der da draufsteht, ne? Der ist schon... Oh Gott! Nein! Oh, ich hab's auch... Aber guck, genau deswegen. Siehst du, da in der Mitte, das geht jetzt nämlich so hoch. Ach so. Und dann, äh, genau. Das ist, äh, für die, für die Anfangswave kann man sich mit nicht hinstellen, aber dann direkt runter. Sobald die einziehen. Ah. Ja, irgendwie, da gibt's auch noch voll viele, die dieses da drunter durchlaufen machen. Aber guck mal, das sieht's immer nur noch so, ne? Also es kommt immer das Gerade, wo man nicht drüber springen kann und dann diese Teile, die so, diese, diese Wellen machen. Ja, die Wellen, ne? Ja, genau. Das ist aber neu. Also da gab's doch nochmal irgendwas anderes, oder? Einfach, einfach nur, nur ein Vierer-Split, oder? Ich bin bei diesem Spiel prinzipiell einfach immer sofort draufgegangen. So ungefähr jetzt. Oh, jetzt, da werden jetzt wieder draufgehen wieder. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also dieses Spiel mag ich überhaupt nicht. Ich find's zumindest schön, dass sie mal die, die Arena hier neu gemacht haben. Hatten sie das davor schon mal gemacht, ne? Die hatten ja irgendwie von der Hölle dann irgendwie das Hof versetzt schon mal. Also immer noch die rote Plattform und jetzt haben sie so eine ganze Arena gemacht. Ich find den Spielmodus eigentlich recht witzig, muss ich sagen. Ne, ich, ich feier den gar nicht. Ich hätte jetzt recht gerne nochmal ein schönes Horse Race. Weißt du, das würd ich, das würd ich nochmal feiern. Ja, kommt ja bestimmt noch, ne? Das andere Horse Race war noch nicht, das kommt doch bestimmt. Ja, aber manchmal kommen, ey, so ein paar Games einfach doppelt und irgendeines kommt gar nicht. Ich glaub, das ist einfach jedes Mal komplett random. Das Boot haben sie auch rausgenommen, ne? Stimmt, das haben sie komplett rausgenommen. Das hab ich richtig lange nicht mehr gespielt. Ja, genau. Schade eigentlich, ich fand das immer lustig. Ich fand das auch witzig. Apropos, an der Stelle, was ist denn euer Lieblingsspiel bei Minecraft? Party. Das wäre mal ganz interessant zu erfahren. Oh ja. Auch schon wieder! Zweimal die Scheißkühe! Alter, vor allen Dingen, dann gibt's immer solche Kackspiele. In the Navy. Weißt du, bollkottiert. Rein, bollkottiert. Ja, komm, mach die BSE-Hühner, die müssen so oder so dann glauben. Ich guck mir dann einfach mal schöne Skins an. Hat hier irgendjemand einen richtig coolen Skin? Oh ja, Weihnachtsmann. Ganz viele haben so Weihnachtsskin gemacht, ne? So ganz egal. Ja, klar. Also natürlich, aber ich dachte schon, es wären nicht so viele, weil es laufen ja wirklich alle mit so einem Mützchen rum hier oder sonst was. Also ich bin auch... Also ihr müsst auch verstehen, wir zocken das Game nicht, weil es einfach fast unmöglich ist, hier zu gewinnen. Außer man hat wirklich irgendwie so eine Ecke. Guck mal hier, das ist... Da, BSE-Hühner. Schnell, schnell! Peace, peace. Weißt du, wir sind einfach Ökos. Warum hat er... Nee. Nee. Warum hat er einen VIP und ist pink und dann gibt es noch einen anderen, der ist auch pink, aber der ist ein Trial. I don't know, vielleicht YouTuber-Stados oder sowas? Aber der andere war doch auch pink und war ein Trial. Wo ist denn der eine, der den Screen wollte? Ach, schade. Oh ja. Ich hier. Löffel. Wo ist der Löffel? Wo ist der Löffel? Oh ja, oh ja. Oh, schon wieder, das ist gut. Okay, jetzt aber, jetzt aber. Einmal in meinem Leben, einmal in meinem verdammten Leben will ich das hier schaffen. Den, den, den. Den, den, den. Den, den, den. Den, 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 den. Boing. 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 Nein! Oh Gott! Wie kann ich direkt am Anfang sterben? Das riecht peinlich, ey. Ich bin eben gerade so zwei, dreimal einfach nach vor und zurück, vor und zurück. Richtig komisch. Oh Gott, ne, das schaff ich nicht, doch. Ernsthaft? Nein! Ernsthaft, bist du da auch rübergekommen? Ich bin Zweiter geworden. Bist du aber da rübergekommen? Ähm, ne. Oh, letztes Spiel. Ich würd's einmal sehen, ich würd's einmal sehen, dann muss man, muss doch irgendeine Taktik geben. Und wieder das, ey. Kam ein paar Spiele nicht, ne? Ich hab's einfach, einmal, einfach so geschafft. Also, einfach mit springen. Okay. Krass. Und dann relativ spät einfach abgesprungen und dann hat man's easygoing gepackt. Aber du brauchst eben den perfekten Absprung. Ja, genau. Das hatt ich aber auch noch nie, dass wirklich beim Jump It Run so war, dass man wirklich nur den einen perfekten Jump machen kann. Oh Gott. Ui. Alles gut, ey. Alles gut. Bei mir war's eben gerade schon richtig knapp. Jetzt schwarz hier. Da hinten ist der Körbis. Da hinten ist der Körbis. Haben die eigentlich so ein System hier drin? Irgendwie, dass dann immer das da näher dran ist oder so? Da gibt's ja bestimmt auch irgendwelche Ecken. Ja, da wird's bestimmt irgendwas geben, aber ich kenn sie. Oh Gott. Das war irgendwie, das war ein bisschen knapper jetzt. Das war ein bisschen klapper. Ähm. Oh Gott, ne, das hör ich nicht mehr. Oh, da war der auch direkt eine. Oh, ich bin Bob, ey. Rot, 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 rot. Ja, ich bade nicht mehr in Sternen, so wie bei meiner letzten Runde. Aber dennoch waren wir ganz erfolgreich, würde ich sagen. Was geht bei dir hier noch? Wo bist du? Da ist der Palutze. Da ist Palutze. Heppa. Oh, dann mach das ganz easy, ey. Dann jump der einfach mal. Schnell, rot, rot. Gelb, schnell. Es war echt gelb. Es war echt gelb. Es war wirklich gelb, wie herrlich. Ja gut. Jetzt fängt's wieder von vorne an. Ich würde sagen. Jetzt fängt's wieder von vorne an. Dann machen wir mal hier Slash Lobby. Oh ja. Äh, damit wir uns beide nochmal in Person angucken können. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, das war doch eine sehr, sehr nette Minecraft-Party-Runde. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die werden wir natürlich bei mir hier unten in MyPants verlinkt. Genau. Und wer Paluten noch nicht kennt, der darf auch gerne zu Paluten gehen. Das auch in der Beschreibung. Ja, Weihnachten. Der hat Paluten. Weihnachten. Okay, super. Und rein unten. Schönes Wochenende noch. Genau, wünsche ich euch auch. Tschüss.